Einen wunderschönen guten Morgen. Ich wollte mich noch mal ganz kurz vorstellen. Also ich bin die Sylvia Schodruch und ich arbeite seit 30 Jahren im Familienrecht und seit meine eigene Trennung nicht so schön über die Bühne gegangen ist, habe ich auch gelernt, dass das, was üblicherweise von Anwälten angeboten wird, zwar das Juristische regelt, aber nicht wirklich das menschlich verbindende, was zwischen den Parteien bleibt, nämlich das gemeinsame Interesse an Kindern, dass das nicht wirklich, dem nicht wirklich Rechnung getragen wird. Ich habe dann x Fortbildungen gemacht, wo es um Persönlichkeitsentwicklung für mich ging und habe immer festgestellt, jedes Mal, wenn ich am Wochenende was gelernt hatte, dann konnte ich das mit den Menschen, die mir in der Woche gegenüber saßen, super umsetzen. Und deswegen habe ich meine Tätigkeit entsprechend angepasst und biete jetzt lösungsorientierte und ganzheitliche Beratung ohne Streit mit dem Hauptinteresse glückliche Trennungskinder an. Das nur so als Vorgabe. Ich freue mich, wenn wir uns hier treffen und einen schönen Tag noch. Tschüss!